Sir, ich kann in dem Kurs nicht durchfallen. Ich bin mir sicher, Sie können. Jedes Jahr gilt für Baden Academy, es gibt immer ein paar Unglückliche, die nicht wissen, wohin über die Feiertage. Man nennt sie die Holdovers. Ich höre, Sie sind dieses Jahr zum Babysitten verdonnert worden. Wie konnte das nur passieren? Ihr wisst, dass er hier mal Schüler war, oder? Deswegen weiß er auch, wie er uns maximal quälen kann. Glauben Sie, dass ich Sie gern babysitte? Sie sagen doch keinem Jung, der über Weihnachten allein gelassen wird, dass niemand ihn haben will. Was stimmt nicht mit ihm? Ich finde die Welt nur bitter für mich. Und offenbar geht es der Welt ebenso mit mir. Ich denke, das haben Sie und ich gemeinsam. Ich glaube, ich habe noch nie ein richtiges Familienweihnachten gefeiert. Danke, Mary. Der ist es. Ich möchte einen Toast aussprechen. Auf meine zwei ungleichen Gefährten. Das ist Ihr Rubicon. Überschreiten Sie nicht den Rubicon. The Holdovers. Oh Gott, Mr. Hanem!